Heute wieder eine Diskussion gehabt über die Wahrscheinlichkeit oder Unwahrscheinlichkeit des Fortbestehens irgendeines personalen Erlebens und Erleibens. Nach dem Endgültigen und Unvermeidlichen bemerkenswert dabei ist, dass die Logikogrammatiken das immer so anpassen, dass es in der Urteilsfunktion auf das Gleiche hinauskommt. Denn nehmen Sie an, dass danach nichts mehr folgt, dann kommen Sie ja zu dem logischen Schluss, dass Sie dann wenigstens im Diesseitigen das Beste für sich herausholen, was geht. Und wenn es doch etwas gibt, eine Fortsetzung dieses Erlebens und Erleibens, dann ist die logische Schlussfolgerung die gleiche. Wenn Sie nämlich das Negative erwarten, dann wird Sie das eben Jenseitigen einholen und Sie werden das Negative Erwartete erwarten dürfen. Und also kommen Sie ebenfalls zum Schluss möglichst das Beste und das Angenehmste und das Glücklichste und das, was weiß ich auch immer, Positivste im Hiniden bereits herauszukitzeln. Außer Sie nehmen eine merkwürdige inversive Logik an, die immer nur den Machtkontrollierungs- und Ausbeutungszwecken gedient hat, nämlich, dass das spätere Karma von Ihrem Verhalten so abhängig sei, dass das introvertiert geschieht, nämlich, dass die nichts anbrennen Lassenden, dass die auf Kosten oder auch nicht Kosten von anderen nur das eigene Glück suchenden Glücksritter dann nicht belohnt würden, sondern ausgleichende Gegengerechtigkeit herrschte und die Unglücklichen und die Elenden dann im Jenseits belobigt und belohnt werden würden, erhöht werden würden für Ihr unterwürfiges Untertanensein. Aber auch hier gilt, egal, ob es sich um das Paradies, um das Karma, um eine andere Fort von universalen Aufbewahrens des persönlichen Erlebten handelt oder ob es sich sogar um die Hölle handelt, das Schrecklichste, das Undenkbauste wird immer ausgeschlossen in diesen Kalkülen der paschalschen Wette, nämlich, dass es nichts damit sei, dass das individuelle Universum alles Erlebten und Erleibten keinerlei Bestand hätte und dann nichts davon bewahrt werden könnte. Das bleibt so undenkbar, dass alle Weltanschauungssysteme und alle Religionen eine andere Tröstungs-Hoffnungs-Illusion bevorzugten, die das Überleben überhaupt erst möglich machte. Egal, ob es sich auf der Luxusjacht oder im Jammertal fristen musste.